Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video mit mir, Erik Oliver Mechler. Im heutigen Video zeige ich euch die besten Formular-Plugins für WordPress. Wer also auch gerne auf seiner Webseite ein Formular eingebaut haben möchte, der bleibt jetzt dabei. Jetzt geht's los. Wenn man eine eigene Webseite hat, dann möchte man natürlich auch, dass die Kunden, die Leser, die Gäste sich sehr einfach beim Admin melden können. Das macht man meistens mit einem Kontaktformular. Und auch hier gibt es wieder verschiedene Plugins, die ich euch jetzt gerne vorstellen möchte. Als erstes gehen wir mal zum Contact Form 7. Das ist wohl das bekannteste Kontaktformular, das es gibt. Es ist gratis, es ist sehr einfach aufgebaut. Man kann nämlich hier schön definieren, wie sieht es aus. Und wenn man ein bisschen CSS kann, dann wird das sehr schön. Das Problem ist da aber eben, man muss CSS können, man muss selbst sich um das Styling kümmern. Das wird einem eigentlich nicht abgenommen. Darum ist dieses Plugin sehr einfach. Also wenn ihr nur ein Formular haben möchtet für Kontakt, dann ist das perfekt. Wenn ihr aber irgendwelche Berechnungen im Hintergrund machen möchtet oder in die Datenbank schreiben möchtet, dann müsstet ihr auch dieses Plugin erweitern. Es gibt auch mehrere Kontaktformular 7 Erweiterungen zum Installieren. Aber dann empfehle ich euch wirklich ein anderes Plugin. Das ist das Einfachste und das setze ich eigentlich fast jedes Mal ein, weil man braucht wirklich nicht, oft nicht mehr als ein Kontaktformular. Das weitere Plugin wäre das Toro-Formular. Das ist dieser Stirn. Das ist sehr einfach. Es ist ebenfalls ein Gratis-Plugin. Man kann auch sehr schöne Dinge machen. Es ist sehr einfach aufgebaut und sehr schön. Gefällt mir auch. Es ist aber relativ neu. Und man muss hier hin und wieder noch ein bisschen selbst herausfinden, wo was versteckt ist. Denn ein weiteres sehr bekanntes Plugin ist das sogenannte Ninja Form. Mit dem kann man wirklich sehr schnell, sehr einfach, schöne Formulare designen. Es ist aber ein Freemium. Das bedeutet, die Basis ist gratis. Möchte man eine spezielle Funktion haben, dann muss man da was bezahlen. Man kann es dann auch mit anderen Dienstleistern wie Soho, Trello, Slack, was auch immer verbinden. Und das ist eigentlich sehr gut. Aber eben, es kostet was. Und wie man sieht, es fängt an ab 99 Dollar pro Jahr. Dann ein weiteres Freemium-Plugin, Paid-Plugin, besser gesagt. Das wäre das Graffiti-Fone. Das ist ein sehr großes und sehr mächtiges Plugin. Es ist wohl eines der größten Plugins, das man haben kann. Man kann hier wirklich Berechnungen im Hintergrund machen. Man kann es verbinden und so weiter. Also es gibt viele verschiedene Erweiterungen. Wie man sieht hier, kann man es mit Mailchimp, mit anderen Newsletter-Dienstleister verbinden. Man kann es nachher auch mit CRM verbinden, Trailer Slack, Zapier, Soho und so weiter. Man kann aber auch direkt Paid-Funktionen einbauen, wie Stripe und so weiter. Das ist auch sehr genial gemacht. Und es ist eigentlich gar nicht mal so teuer. Es fängt auch wieder an, ab 60 Dollar eigentlich pro Jahr, je nach Version. Auch das ist ein sehr schönes Plugin. Dann gibt es ein weiteres Paid-Plugin. Das wäre das WP Everest. Das tue ihn so wie der Berg. Ist auch so. Man muss da wirklich zum Berg gehen und man muss rauf kratzeln, rauf kriechen, rauf schlurfen. Es ist sehr gut, es ist sehr mächtig, es ist sehr schön gemacht. Man kann auch da sehr schnell sehr schöne Funktionen machen. Wie ihr seht, man kann wirklich für Restaurants Hammer machen, man kann Reservierungen machen und so weiter. Auch ein sehr schönes Plugin, empfehle ich auch. Und dann das letzte. Das ist eigentlich immer der Geheimtipp. Das ist das sogenannte WP-Forms-Teil. Das ist ebenfalls ein Paid-Plugin. Es ist eigentlich das Plugin, das immer wieder empfohlen wird, wenn man mehr Funktionen haben möchte, als jetzt Contact Form 7 hat. Es ist sehr mächtig, aber es ist auch ein bisschen teuer. Also man sieht sehr schnell, es kostet wohl ab 39 Dollar im Jahr. Man kann auch da sehr viel machen, aber sobald man dann mehr Funktionen machen möchte, wie zum Beispiel für Newsletter oder selbst mit Paid-Systemen arbeiten, sind wir dann schnell bei 200, 300, 400 Dollar im Jahr. Aber es ist nicht schlecht, man kann es auch verwenden. Also wir haben jetzt hier ein paar Plugins. Ich empfehle eigentlich immer das Contact Form 7 zu nehmen. Das ist sehr einfach, sehr schnell gemacht. Man muss ein bisschen mit CSS tricksen, damit man das noch schön designen kann. Wenn ihr das nicht habt, dann nehmt Gravity Forms, das ist auch sehr schön. Oder eben WP Form 7, wenn ihr einen guten Kunde habt, dann könnt ihr ihm das ja verrechnen. Ja, das wären jetzt eigentlich die Plugins für WordPress-Formulare. So, das war's also. Denkt dabei, unter egmechler.live findet ihr weitere Webinare und Workshop-Termine, bei dem ihr mich zum Thema WordPress, Online-Marketing, Social Media oder E-Commerce hören sehen und auch was lernen könnt. Dann hoffe ich, euch hat dieses Video gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen hoch oder einen Daumen runter geben würdet. Ehrliches Feedback ist immer gut und darüber freue ich mich immer. Dann wünsche ich euch jetzt noch viel Spaß und bis zum nächsten Video. Tschüss, Samme, ciao. Ciao.